Hallo meine geistlichen Freunde und herzlich willkommen zu meinem ersten Advent-Video. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch. Letztes Jahr habe ich einen Adventskalender gemacht, bei dem jede Folge ein neuer Mitspieler dabei war. Dieses Jahr jedoch gibt es eine Reform. Ich werde jeden Advent ein kleines Special rausbringen. Da heute der erste Advent ist, werde ich euch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die ich selbst vor nicht allzu langer Zeit verfasst habe. Wir hatten damals im deutschen Unterricht den Arbeitsauftrag, die Kain- und Abel-Geschichte als Krimi umzuschreiben. Falls ihr die Kain- und Abel-Geschichte nicht kennt, würde ich mir auf jeden Fall nochmal eine Zusammenfassung im Internet anschauen. Da ihr meine Geschichte sonst nicht kapieren könnt. Eine Sache sei noch gesagt, in dieser Krimi-Geschichte spielt Gott der Detektiv. Allgemein habe ich sehr viel Ironie benutzt und sie soll in keinster Weise ernst zu nehmen sein. Und nun lehnt euch zurück und genießt den Brudermord. Einst, noch lange vor Christi, als die ersten Menschen die Erde bevölkerten, geschah es. Der erste Mord. Gott, der Schöpfer von allem, entdeckte bei einem seiner gemütlichen Sonntagsspaziergänge Abels Leiche auf dem Erdbeerfeld. Zuerst dachte Gott, Abel wäre beim Erdbeerpflücken eingeschlafen und hätte sich vielleicht vollgekleckert. Beim näheren Betrachten aber musste er feststellen, dass Abel tot war. Mit Erdbeeren hatte er sich auch nicht bekleckert, sondern er hatte eine tiefe Wunde in der rechten Kopfhälfte. Es kamen nur drei Menschen in Frage, die Abel hätten erschlagen können. Eva, Adam und sein Bruder Cain. Gott wollte herausfinden, wer Abels Mörder war und so nahm er den Fall in die Hand. Zuerst suchte er Eva auf. Sie war in einer Waldhütte, gelegen eines kleinen Flusses. Ihr braunes Kleid und ihre Hände waren blutverschmiert. Und sie sah aus, als sei sie gerade vom Schlachten gekommen. Gott beobachtete aus dem Gebüsch heraus, wie sie in Richtung Fluss ging. Wahrscheinlich, um sich vom Blut zu säubern. Bevor sie dies tun konnte, flog Gott zu Eva und sagte, Sage grüßt Eva, da habe ich dich wohl auf frischer Tat ertappt. Ist es jetzt schon verboten, sich zu waschen? Du holst ja schon rum, wenn man einen deiner acht so tollen Äpfel stiehlt, sagte Eva mit einem verärgerten Unterton. Schweig, ich sehe an deinen Händen, dass du deinen Sohn Abel erschlagen hast. Abel wurde erschlagen? Ich würde niemals meinen eigenen Sohn umbringen, erwiderte Eva geschockt und empört. Wie erklärst du mir denn das Blut an deinen Händen und an deiner Kleidung? Fragte Gott. Eva sagte nur trocken, Ich habe meine Tage und schreitete davon. Bevor Gott Eva weiter reizte, begab er sich zu Adam, Abels Vater. Er saß alleine an einem Tisch im Wald. Auf diesem Tisch war ein Messer, an dem Blut war. Hinter ihm lag ein Haufen gehacktes Holz, das er wahrscheinlich die Tage über gehackt hatte. Die Axt jedoch funkelte rot, da sie voller Blut war. Gott ging zu Adam, sein dicker Kopf war nach unten gerichtet und seine paar Härchen auf der Glatze wehten im Wind. Hallo Adam, ich habe dir eine Nachricht zu überbringen. Dein Sohn Abel ist tot. Aber ich denke mal, das weißt du schon. Er wurde ermordet. Und warum dort ein blutverschmiertes Messer und eine blutgetriefte Axt liegen, brauche ich wohl gar nicht mehr fragen. Abel saß erstmal erschrocken da, sagte dann aber mit einer geschockten Stimme, Abel ist tot? Er wichte sich die Tränen aus dem Gesicht und sprach nach einer kleinen Pause, ich könnte niemals meinen eigenen Sohn töten. Ich bin unschuldig her. Und wie erklärst du mir, dass zwei benutzte Waffen bei dir herumliegen? Fragte Gott. Ich habe mir gerade ein Erdbeermarmeladenbrot mit Honig geschmiert. Als ich den Honig besorgen wollte, kam ein ausgewachsener Braunbär auf mich zu und wollte mich meines Honigs entwenden. Ich nahm die Axt und schlug zu. Das an dem Messer ist außerdem bloß Marmelade, die mir keinen brachte. So, so, sagte Gott nachdenklich. Dann bleibt nur noch kein. Guten Hunger dir, Adam. Ich werde nun deinen zweiten Sohn zur Rede stellen. Mahlzeit. Und so suchte Gott den letzten Verdächtigen auf. Kein. Er biss gerade genüsslich in eine dicke Gurke. Seine Haare wehten im Wind und er sah aus, als ob er gerade mächtig Spaß hätte. Plötzlich jedoch würgte und hustete er, als ob er keine Luft mehr bekäme. Und tatsächlich, vor lauter Spaß einer Gurke vergaß er zu kauen und das Stück blieb ihm im Halse stecken. Keuchend und würgend lag er da, die Hände auf der Brust, die Augen geschlossen. Gott kam herbei und fragte Kein, sag schnell, hast du Abel ermordet? Kein keuchte nur noch ein, ja, ich stücke ein Detektiv. Heraus. Er hörte auf zu keuchen und Gott sah, wie das Licht in Keins Augen erlosch. Er war tot. Natürlich fragte sich Gott, welche Gründe Kein hatte, seinen eigenen Bruder zu ermorden. Jedoch hatte er da schon eine Idee. Beim alljährigen Gurkenvergleich gewann bisher jedes Jahr Abel. Er hatte immer die längste. Als sie dieses Jahr Gott ihre Gurken zeigten, entsprach Abels der Größe einer ausgewachsenen Kobra, Kein jedoch eher einer Babybanane. Ab diesem Tage an wurde der Gurkenopfertag abgeschafft. Stattdessen wurde das Erntedankfest eingeführt, damit so etwas nicht mehr passierte. Später machten Adam und Eva noch viele, viele kleine Kinder, die sich komplett über diese Erde verteilten. Das jedoch ist eine andere Geschichte. Er schützt. Der ist ein Leben, der ist ein Leben, die sich in dem Leben beschäftigt. Untertitelung des ZDF, 2020